Servus Leute und damit ganz herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Freut mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt. Heute soll es darum gehen, wie wir bei Epic Games unsere E-Mail-Adresse ohne Verifizierung ändern können. Und das super easy und super einfach. Werde ich euch Step für Step zeigen. Bevor wir allerdings ins Video rein starten, habe ich noch eine kleine Bitte an euch. Und zwar würde ich mich mega freuen über ein Like, Abo oder Kommentar. Versetzt euch einfach mal kurz in meine Lage, ihr würdet euch auch freuen. Und euch kostet es nichts, also why not? Klickt einfach die Buttons da unten und das Ganze hat sich. So, wie ändern wir das Ganze jetzt? Wir gehen jetzt einfach mal auf den Browser unserer Wahl und gehen wir hier einfach mal Epic Games.com ein. Dann ist es wichtig, dass wir uns einmal anmelden, einfach mit unseren Daten. Und dann haben wir hier die Möglichkeit, rechts oben auf Account zu drücken. Und dann sollte sich das Fenster hier öffnen, wo wir dann die ganze Account-Info haben. Mit unseren Adressen etc. Hier unten könnten wir dann auch noch unseren Account deleten. Was uns jetzt aber interessiert, ist das hier, unsere E-Mail-Adresse. Wir klicken einfach mal auf den Dings halt, den bearbeiten Ding. Und gehen wir hier einfach ein, auf die E-Mail-Adresse, die wir halt ändern wollen. So, gehen wir dann auf Confirm. Und dann haben wir einen Security Code bekommen. Genau, ich habe gerade die E-Mail erhalten und können das Ganze hier eingeben. Wenn ihr eben keinen Zugriff mehr auf diese E-Mail-Adresse habt, dann müsst ihr unbedingt die folgenden Schritte befolgen. Wir gehen einfach mal auf die Epic Games Support Seite. Warte, ich zeige euch das Ganze von neu. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal hier so, epicgames.com.help. Und dann haben wir hier die Möglichkeit, unten zu Epic Games Store zu gehen. Und dann kontaktiere uns auf jeden Fall machen. Und hier müsst ihr dann eure Kontaktadresse eingeben, die ihr eben verwenden wollt. Und den Platt, also euer Betriebssystem auswählen. Und dann hier unbedingt schreiben. Also kurz beschreiben, was euer Problem ist. Und dass ihr unbedingt den E-Mail, also den Verifizierungscode auf einer neuen E-Mail-Adresse erhalten wollt. Und dann könnt ihr ihr einfach auf Anfrage per Mail senden. Und das Ganze hat sich erledigt. Wenn ihr gerade zu einer Zeit seid, wo der Live-Chat anscheinend aktiv ist, dann könnt ihr das Ganze auch direkt mit dem Live-Chat machen. Das geht natürlich noch schneller. Die E-Mail habe ich zum Beispiel innerhalb von zwei Working Days bekommen. Das heißt, es geht eigentlich eh relativ schnell. Und ist überhaupt kein Thema. Genau, wenn wir das dann erledigt haben, können wir das Ganze auch schon schließen. Und das Ganze hat sich erledigt. Genau. Jetzt hoffe ich natürlich, dass euch das Ganze weitergeholfen hat. Wenn das so ist, zeigt es mir gerne mit einem Like, Abo und Kommentar. Wenn nicht, dann könnt ihr gerne einen Kommentar schreiben. Dann werde ich so schnell wie möglich euch antworten. Und wir finden sicher eine Lösung. Ansonsten, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Video. Ciao Leute, pfiert euch und baba.